Ihr könnt jetzt diese PlayStation 5 gewinnen. PlayStation. Dafür müsst ihr einen Gefang-Media lassen und in den Kommentaren schreiben, warum gerade ihr dieses PlayStation gewinnen wollt. PlayStation, ne? Und jetzt startet das Video. Was machst du da? Mach die Kamera aus! Sag, bist du wahnsinnig? Hast du deine Tabletten nicht genommen? Nee, mir tut Regen. Es regnet, du Gurkenhals. Du brauchst doch keine... Bist du... Udo? Jetzt! Ob du wahnsinnig geworden bist? Nee! Stehst hier im Regen und bewässerst einen Platz. Ja, mach jetzt die Kamera aus, das komm ich in die Tollbezüge mit dem Vorstand. Alles Hand und Fuß, was ich mir mache. Du hör doch auf, jetzt den Platz im Regen zu bewässern. Sag doch mal, ich mach das so lange, wie ich will und nicht wie du willst. Mach jetzt aus! Du drehst langsam durch, Udo, ernsthaft. Nee, Hand und Fuß, was ich mir mache. Ja, genau. Stehst im Regen und bewässerst einen Platz. Das ist ja total Hand und Fuß. Ja, weil wir ein neues Gerät haben und das wollen wir ausprobieren. Du weißt ganz genau, dass mir ein neues Gerät... Dann warte doch, bis es einmal richtig regnet. Da kommt kein mehr Regen raus. Mit du jetzt einmal Regenwasser simulieren und da kommt man nicht so blöd. Man muss auch ein bisschen mitdenken, um zu testen. Ja, ganz genau. Stehst hier im Regen und bewässerst einen nassen Platz. Ja, genau. Clever, clever. Richtig. Wenn du ein neues Toilettenpapier hast, dann testest du es doch auch, ob das geschmeinigt zum Arsch passt oder nicht. Kranichgesichtung. Da musst du selber lachen, ne? Ja, das ist doch so. Wir werden es jetzt vernünftig testen. Wir machen jetzt den Platz pitsche-patsche nass und der Zuschauer wird sich wundern. Ja, ganz genau. Warte doch einfach ab, bis es einmal richtig geregnet hat. Ja, dann werden wir das Ding vielleicht nächstes Jahr richtig testen können. Weil das ist nur Sprühregen. Und mir wacht jetzt richtig mit Schlauch richtig Regen. Liebe Zuschauer da draußen, das wird Udo's Jahr 24. Wir hatten ein Gerät bekommen, um vater Gott jetzt richtig einen auszuwischen. So, klar, ist wahr. Und jetzt kann ich das machen. Und der Platz muss pitsche-patsche nass sein, um das richtig zu simulieren. Und dann hast du dir gedacht, Udo Tesch, der Fuschwart der Herzen, der Platzwart der Dunkelheit, dass du dich hier mit dem Wasserschlauch auf den Fußballplatz stellst und den nass machst, im Regen. Ja, so, jetzt pass mal genau auf. Der Finzen ist der Dunkelheiser, der hier steht. Der hat, das steht ja auf der Beschreibung. Warum, warte, warte, warum hinterfrage ich eigentlich überhaupt noch irgendwas bei dir? Das brauchst du nicht, weil es ist jetzt nicht durch. Kommst du auf den Fußballplatz, steht hier mit dem Schlauch im Regen und macht den Platz nass. Ja, weil wir das Ding testen wollen. Und ich will das wirklich testen und das schwerwiegenden Regenguss. Dir ist klar, dass das Gerät noch zusammenbauen muss? Ja, natürlich weiß ich das. Denkst du ja nicht bei deiner Kunst, dass das Wasser dann wieder abgelaufen ist? Nö. Nee, du bleibst da drauf sitzen, dann regnet doch nacht, dann droppt doch nicht weg. So, jetzt halt die Klappe, mir muss wässern. Udo, das ist geisteskrank, was du hier tust. Weißt du, was gleich geisteskrank ist? Wer mir gleich beim Fliesenleger anruft und dich wieder zusammenpuzzeln muss. Das ist nämlich geisteskrank. So, jetzt lass mich wässern und hör auf zu näher. Der Rasen muss richtig pitschen, fast nass sein und schwimmen. Der Rasen muss schwimmen. Nein, aber da muss richtig Wasser draufstehen, damit wir das Gerät testen können. Schau dir jetzt was von der Fresse, hör auf. So, hier hörst du, jetzt geschlackt. Du bist echt, mir fällt da nichts mehr zu ein. Udo, hast du mal drüber nachgedacht, was los ist, wenn das nicht funktioniert? Nee, so weit haben wir nicht nachgedacht. Ja, mach weiter. Wir müssen das Gerät unter Schmerzbedingungen testen. Das Gerät ist doch nicht mal zusammengebaut. Der ist doch auch mal vielleicht ganz schnell zusammengebaut. Der wird langsam wahnsinnig, Leute. Irgendwie hat er seine Tabletten heute Morgen nicht bekommen oder hat die irgendwie vertauscht. Ich weiß es nicht. Hier ist nicht die Pitsche, Patsche, Zustand, alles nass. Du bist gestört. Nee, nicht gestört. Du bist richtig gestört bist du. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, um Geräte zu testen, muss man nicht unter strengsten Bedingungen testen. Welcher Wissenschaftler war das denn? Weiß ich nicht, aber der heißt... Xavier Naidoo oder was? Nee, Popeye. Popeye. Hört schon ab. Du bist gestört, Udo. Ich weiß ja, mir fällt da auch nichts mehr zu ein. Das war ich ja nichts. Du bist gestört. Du bist einfach durcheinander. Du bist gestört. Du bist richtig gestört. Nein. Es regnet, Udo. Du stehst hier mit dem Wasserschlauch und befeuchtest den Sporplatz. Du bist doch durcheinander. Durcheinander bin ich nicht, aber ich will das für richtig unter schwersten Bedingungen testen. So, und jetzt ist es Patschnass und jetzt baue ich das Gerät zusammen. Doch nicht da hinten zusammenbauen? Nee, es regnet. Wir gehen da runter. Ich weiß schon, was ich tue. Wenn alles funktioniert, wird nie wieder ein Spiel ausfallen wegen Regen. Da garantiert mir für. Ja, und wenn es nicht funktioniert? Dann habe ich ein Problem. Und mit Problemen werde ich immer klar. Der Gerät wird mir jetzt wirklich Spiele erleichtern und keine Spiele werden mehr ausfallen. Warum ist das immer so gut verpasst? Mann, Mann, Mann. Warum nicht immer einfach verpasst? Nee. Hundertmal ist es so. Wir waren drum zu. Herrgott, Mann, das kann nicht wahr sein. Den hat mir in zwei Minuten zusammengebaut. Jetzt guckst du doof, wa? Keine zwei Minuten. Fertig. Das war wirklich schnell. Ja, da braucht ja jetzt keiner. Das regnet jetzt ja, das sieht ja keiner. Wenn du das jetzt nicht aufgenommen hast, dann sieht das keiner. Also meinst du, das Ding funktioniert? Das Ding funktioniert. Ganz sicher. Ganz sicher. So, und wenn das Wasser hier voll ist und du musst das ablassen, aua, aua. Hast du gemacht? Vielen Dank auch. Hat der einen Pröppel und dann läuft das Wasser hier raus. Ah, sexy. Ja, sexy nicht. Ist geil. So, wollen wir jetzt testen. Blutem Wasser ist weg. Hab ich doch gesagt, dass das abläuft. Ja. Man muss wirklich schwere Bedingungen schaffen hier. Man muss Regensimulation machen hier, weil das richtig gezeigt wird, dass es funktioniert. Halt jetzt, ich tue mir hier nichts machen. Das ist schon ganz schön viel Wasser, Udo. Ja, aber das Ding soll ja 100% aufnehmen. Kann ich nur testen, wenn das unter schwersten Bedingungen ist. Der reicht am Wasser. Reicht das, Udo? Mein kommt ja auch noch Wasser von oben, es regnet. Ich hab doch gesagt, das reicht. Ja, dann reicht das. Ihr seht, pitt schön nass. Und jetzt kommt das Gerät in Einsatz. Schafft dieses Gerät, meinen Fußballplatz innerhalb von Minuten trocken zu legen? Wir testen es jetzt aus. Wie funktioniert das Ding, Udo? Über die Rolle ist eine Art Schwamm, saugt er das auf und befördert das hier in den... Warum denn eine Art Schwamm? Ist das nicht ein Schwamm? Ja, das ist ein Schwamm. Erste Bahn, nix Wasser. Wie nix Wasser? Ja, noch nix drin. Hä? Mir muss einstellen. Die Rolle muss doch da dran, dass er das rausquetscht. Ja, wieso stellst du das ja nicht ein? Das hab ich ja vorher nicht gewusst. So. Mach's ihn fester. Er muss das ja rausquetschen. Auf Platz von Udo kann man Fehler machen. Das ist so. Mach's öfter mal ein, aber ist egal. Ja, ja. Ah! Alter! Wer will mir noch aufhalten? Kein Spielwerk wird hier bei Platz von Udo ausfallen. Guck dir das an. Hier, hier. Guck dir das an, wie der das Wasser aufnimmt. Was sagst du denn? Und stramm. Ich hab den jetzt stramm, weil der das noch besser aussaugt. Hier. Hier war das ganze Wasser, ja, kein Patschen mehr. Alles weg. Hat er richtig rausgesogen. Ist zwar für ein Platz, was Spielzeug, aber trotzdem hilfsbereit. So, wir gucken, hier bin ich richtig voll. Bist du glücklich, Udo? Ja. Aber weißt du, wenn ich noch glücklicher wäre? Nee. Da jetzt zehn Stück in einer Reihe. Kannst du mit zehn Mann zack und Platz von Ratz, Ratz. Wir müssen unter schwersten Bedingungen testen. Man weiß ja nie, ob das wirklich so ist, was der verspricht. Guck dir die Pfütze an. Da sagt der Schiedsrichter gleich Ärger. Was sagt der Schiedsrichter? Ärger. Dann kommt noch ein Platz, das hat Ärger. Ja, das bekomm ich Ärger, weil der Platz nicht trocken ist. So, mit dem du jetzt aufstehst. Geh weg da! Geh da weg! Ja, du machst mich doch nass, du Wahnsinniger! Der geht da rüber! Oh Mann, ich werd hier gar nichts reden. Was hast du denn? Das ist der Schiedsrichter. Du sollst das Ding. Okay, hier seht ihr ne Menge Wasser. So, hier, ihr könnt sehen, richtig nass. So, und jetzt kommt die Probe. Das ist jetzt schwerste Bedingungen, als wenn das hier tagelang gewesen wäre. Hier, hier! Alter, heftig! Ja? Sag ihm was, Udo! Ja! Sag doch was! Nee, ich bin stolz! Das Ding verspricht das, was es gibt! Aber der muss nicht mit dem Motor, der ist schwer zu schieben. Aber er muss ja strammt. Hier, siehst du, hier kann gepatschen mehr. Hier, guck mal, wie viel Wasser. Hey Leute, das ist... Ich bin ja, ich bin ja nicht so, was internetmäßig so ist, aber das Ding. Ja. Da wird Papa auch wohl zu Hause haben, weil der Garten auch wieder trocken. Wirklich, jetzt ohne Witz. Da kannst du wirklich, wenn's Regen spielt, da kannst du nicht trocken mitmachen. Es ist zwar ein bisschen, er wird da deine Feuchtigkeit unten behalten, aber du kannst die Pfützen wegmachen. Das ist optimal, ist das. Was willst du noch mehr? Wenn das 16er so voll ist und der Chili sagt, du, da steht mir zu viel Wasser, ich fall das Spiel nicht an, dann kommt Papa mit dem Ding und sagt, warte mal an dem Chili, zieh mal dem Käffchen, ein Stück Kuchen dabei und da kommst du mit fünf Minuten und Papa hat den 16er fertig. Der alte Pferd hat jetzt immer eine Lösung. Und wie gesagt, muss ich jetzt lauter werden, das wird das Jahr 24 für Udo. Wie ihr seht, mir hat jetzt alles trockengelegt, wie viel Wasser drin ist. Und jetzt kommt's. Das Wasser muss auch ja weg. Ja. Und das ist eine einfache Lösung. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe, dass es einfach ist. Hier an der Seite ist ein Brocken und den kann man jetzt einfach rausziehen und dann kommt die Soße an. Wie geil ist das Gerät denn? Ich finde das jetzt ernsthaft geil, weil wir dann ja, weißt du, wenn Regenspiele sind. Ey, mega. Mega, Leute. So, und wenn das Wasser gar nicht wegkommt, dann tut man ein bisschen kippen, dann kommt das Reste auch an. Und die Kanale grande, ist wieder sauber. Mir ist sowas von begeistert. Ich hab Vorstand vorgelabert, dass ich das Ding haben will. Wir haben immer abgewehrt und da hab ich gesagt, komm, wir machen es mal, testen und das funktioniert. Und jetzt ist das Vorstand auch begeistert. Lieber Vorstand da draußen, wieder Pluspunkte für Udo. Danke für das Vertrauen. Das Vertrauen noch letztes Jahr ein bisschen, ein bisschen... Überstrapaziert. Aber jetzt, jetzt kommen die Lorbeeren. Jetzt so langsam. Pö, pö. Ich steig die Leiter wieder hoch. Zuschauer, bitte dann denken. Gefällt mir drücken, dass es mein Jahr 24 wird. Du hast gesagt, wir haben Tabletten vergessen zu nehmen. Du stehst im Regen mit einem Wasserschlauch und machst einen Platz nass. Ja, weil wir wollten das ja richtig unter extremen Bedingungen. Hab ich immer zu dir gesagt. Wenn wir sowas holen, muss der Verein auch ja der Vorstand ja sagen, okay, das Ding ist wirklich wirkungsvoll. Aber bei so ein bisschen Regen ist er nicht wirkungsvoll. Also heißt das, richtig nass machen und testen, ob der das beweist, was er da rein schreibt. Da brauchst du auch keine Unterhosen, die nicht passen. Du hast hier gestern was verpasst. Warum? Udo stand hier mit einem Wasserschlauch im Regen. Mir tut Regen simulieren. Ihr wisst genau, wie Regen kommt. Wieso? Der stand hier wirklich im Regen und sagte, mir tut Regen simulieren. Weil er den Platz unter Wasser setzen wollte, um sein neues Gerät zu testen. Was hat er denn für neues Gerät gerät? Diese rolle Wasserwalze. Ach so, wo du Wasser mal vom Platz saugen kannst, ja. Bänchen, mich kann heute Nacht nicht kuscheln mit dich. Mich muss morgen auf dem Platz Regen simulieren. Mir kann heute nicht auf Bärenfeld laufen. Mir muss Regen um den Platz machen. Bänchen, mich muss Platz unter Wasser setzen, um dir Gerät zu testen. Wenn ich zehn Minuten mit einem Schlauch Wasser mache, dann sind da tüttulü. Oh, ein tausend Liter. So ein Gerät muss getestet werden. Warum bist du so sauer? Weil ihr nur am... Das hat gestern gegallert, den ganzen Nachmittag. Aber es stand keine Pfützen auf dem Platz. Da stehen so an uns auch nicht Pfützen auf dem Platz. Nee, wir haben hier schon ein Schwimmbad gehabt. Da gibt es auch ein Videomatrafen drüber. Jetzt so musst du den testen. Hast du einen an der Waffel oder was? Ja, mehr Wasser steht da sonst auch nicht drauf. Ich kann den wohl auf deinen Kopf testen. Das ist genauso nass da, wie die auf dem Rasen. Ihr habt doch einen an der Waffel. Hallo, Herr Wasserwerk. Mich fahr das nicht mit. Schalten die Pumpen es an. Mir braucht ganz viel Wasser. JJ, warum bist du hier? Weil Udo gestern Abend bei deiner Mutter um 11 Uhr angerufen hat, die aus dem Bett geholt. Udo! So, jetzt ist gerade die Zeit gekommen, wo du jetzt gerade mit Zahn umgehebst. Aber ohne Narkose. Was rufst du denn abends um 11 bei meiner Mutter an? Warte, ich wollte doch noch einen Kaffee trinken. Du gehst auch ja mal morgens um 6 Uhr schreibst du mir schon, wir wollen mir Kaffee trinken. Ja, aber ich ruf meine Mutter nicht morgen abends um 11 an. Weiß Bienchen, das ist meine Mutter abends... Bienchen saß da nicht. Bienchen, das tut nicht so aussehen, wie es ist. Mir hat keine Affären. Es geht um Sportplätzen. Bienchen, mich muss eben bei Wilkes Mutter anrufen. Mir hat keine Affären. Es geht um Sportplätzen. Mich tut nicht mit Wilkes Mutter telefonieren, Bienchen. Das fiege ich nur aus. Ich telefoniere gleich mit der Staatsanwaltschaft, weil ich einen Doppelmord begangen habe. Ich hau euch gleich ungespitzt in den Boden. Und dann, weißt du, da gehen nur noch die Füße hin und her. Da könnt ihr bei beide hingucken, mit euren Bienchen, Bienchen. Was machen wir denn jetzt? Die Netze abmachen. Netzen. Netzen, Mehrzahl. Sie haben mehrere. Wollt ihr mich jetzt hier komplett durcheinander bringen, oder was? So, komm. Auf geht's. Tja, Jürgen, weil du jetzt schon mal hier bist, wo ich mich angeht, mich wieder angerufen habe, kannst du die Leiter schon mal aufstellen. Ruckeli do, ruckeli ru do. So, wir hatten auch jetzt Werkzeug gekauft heute Morgen. Herrlich. Herrlich, ne? Dann haben wir das immer griffbereit. Kannst du nach vorne biegen, wenn es geht. So, zack, zack, hier. So, siehst du? Zack. Und jetzt haben wir alles hier. Mich ist kalt. Ich hole mir eine Jacke noch. Bienchen, du bei Mijatovic anrufen. Mir hat gefriert, Branz am Hohen. Und auf Krothese. Schlöpfer. Na nu, Bienchen, wieso tut mir denn so zittern? So, Leute, wer das jetzt zum ersten Mal anschaltet, könnt ihr gucken. Wir müssen jetzt den Fußballkäfig fertig machen. Wir haben in den letzten Videos viel vergeigt, was nicht passt. Aber wir machen es jetzt richtig. Wir wissen ja jetzt, wo die Netze hin müssen. Und dann wird es wohl wird werden. So, wir machen die ganzen Netze jetzt schon weg, weil wir verkehrt gehangen haben. Wir müssen das Mess über das Tor, weil das genau ausgeschnitten ist. Und jetzt machen wir die Netze ganz schnell runter. So, jetzt können wir euch auch zeigen, was wir verkehrt gemacht haben. Und zwar, das ist ja länger. So, das war verkehrt. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir es jetzt umgehängt haben. Haben wir vorher nicht gewusst. Wir haben hier zwei Netze mit Einsparung. Da kommt das Tor rein und dann passt das. Und das wussten wir vorher nicht, weil wir trottelt sind. Weil wir das vorher nicht ausgebreitet haben und gerade geguckt, was wir für Netze haben und so was. Aber jetzt wissen wir es ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt hängen wir die anderen Netze noch ein und dann ist der Käfig dicht. Das sind solche Trottel, Timo. Weil das nach hinten gestellt wird. Du musst im Schick. Und dann muss ich hier raus und dann passt das. Ja, lo. Weil der Handniff sitzt ja hier. So. Und dann zurück. Ja, was denn? Was hilft dir da auch nicht bei? Ich werde immer gleich zu hektisch. So. Gerade. Gerade, ja, ist ja logisch. Okay, ein altes Holz. Genau so muss es sein. So, wir hängen jetzt die nächsten Netze auf. Da brauche ich aber jetzt nicht alles sein. Wir melden uns wieder, wenn wir die Netze aufgerenkt haben. So, Leute, wir sind fertig fürs Erste. Netze sind alle drin, ey. Ich werde wahnsinnig, Udo. Ich werde wahnsinnig. War eine Arbeit. Aber jetzt sind alle Netze drin. Ja, und vernünftig sogar. Wie funktioniert denn das hier oben? Timo musste alle Dinger hier rausnehmen, umsetzen und dann konnte er den einhaben. Ey, das Wetter wird gerade richtig schlimm. Ja, ganz schlimm. Wir sind ja nicht aus Zucker, oder? Nee, sind wir nicht. Ja, also. Aber jetzt muss ich eins sagen. Erste Aufgabe geschafft. Ja. Also 50 Prozent sind fertig. 70. Ja, nee. Ja. Der ganze Rasen muss ja auch noch fertig gemacht werden. Ja, das ist ja ratzfatz. Das ist ja deine Aufgabe. Du willst ja wegkontidieren, oder wie das Scheiße geht. Der hilft jeder dann mit. Da müssen wir mit einem Mann, ist das nicht gemacht. Nee. Guck mal da hinten in den Himmel. Da wird schon schwarz. Das regnet schon wieder. Aber wir ziehen noch im Kurz durch, bis der richtige Guss kommt. Ja. Vielleicht kann ich dann ja wieder meinen neuen Wasserdink da ausprobieren. Und Hermann, was hältst du da vorne? Ja, sieht super aus, ne? Das sieht wirklich gut aus. Wir sind genau hingekommen mit dem Nass. Jetzt müssen wir nochmal einmal schwarzes Nissen bestellen. Das zwiebeln wir dann so rein in den Ecken, wo das fehlt. Tor habe ich gerade fertig gemacht. Kannst du mal gucken? Udo konnte das nicht so ganz erklären. Ja, ab, weil ich da auch nicht bald war. So, ich habe das Netz hier jetzt abgeschnitten, genau reingehangen. Jetzt wird das Netz oben noch einmal durchgespannt. Dann sitzt das genau stramm drin. Hier an den Ecken genau rein. Das kann dann nichts losgehen hier, wenn der Rasen vernünftig ist. Das flattert hier noch ein bisschen rum, Tim. Was machen wir da? Hier machen wir ein 10er Brett drauf, als Handlauf. Ja. Und da oben ziehen wir das Netz dann stramm. Und dann kommen da Krampennägel rein. Die hauen wir da komplett rein. Und dann sitzt das Bombenfest. Aber das soll heute nicht mehr. Das kriegen wir heute nicht mehr fertig. Nee, das muss alles eingebohrt werden und so wat. Das dauert auch noch ein bisschen. Aber das können wir ja ganz zum Schluss. Das können wir auch gerne noch machen, wenn der Rasen da ist. Fakt ist, wir haben super was geschafft. Alles fertig. Netze hängen, Handgriff muss noch dran und dann sind wir durch damit. Da haben ganz viele Leute nicht mit gerechnet, dass wir so schnell und so gut vorankommen. Ich bin richtig stolz auf euch. Ernsthaft. Wenn man jetzt so in vier Wochen zurückdenkt und jetzt immer so schaut, alles in Eigenleistung, muss man wirklich Hut ab. Man könnte sich auch einen fertigen Zuckerplatz kaufen und hinstellen, aber das wollen wir nicht. Aber es wird ja noch echt interessant jetzt mit der ganzen anderen Soße, ne? Richtig. Rasen und und und. Man wird ja extra nächste Woche Urlaub und dann geht das voran hier noch. Pass mal auf, das wird fertig. Mann, die Scheißkriegen. Udo. Ja, Udo, nix Udo. Blöde Kräger, das kann mich ärgern. Warum? Ja, guck dir das doch mal an. Da ist Müll am hier. Guck dir, hier, verblät zerlockert. Meine Fresse. Ja, Leute, später am Nachmittag. Fußballkäfigprojekt für heute abgeschlossen, ne Udo? Ja. Und jetzt machst du noch ein bisschen hier Reinigung. Und Krieg mit Krähen. Und Krieg mit Krähen. So, dann tu mir, du mal sauber machen lassen, nächste Woche wieder Vollgas. So, Video ist vorbei, kommen wir jetzt zum Gewinner des letzten Gewinnspiels. Diese Bordmaschine hat gewonnen Frauke M.A. Dieses Radio hat gewonnen Sienchen 0991. Herzlichen Glückwunsch. Meldet euch bitte bei dieser E-Mail-Adresse, dass wir euch die Gewinne zuschicken können. Gewinner vom Playstation 5 geben wir nächsten Sonntag bekannt. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach, lasst ein Gefällt mir da. Und schreibt gerade in den Kommentaren, warum ihr gerade dieses Playstation 5 gewinnen wollt. Playstation. Ich hab so einen amerikanischen Stil drin, ne? Playstation. Liebe Leute da draußen, macht weiter so mit Gefällt mir und, und, und. Man muss mal eins bedenken. Mir war früher nur einfacher Platzwart und jetzt ist das richtig geil geworden. Macht Riesenspaß mit euch. Mit euch wirklich, dass ihr so viel kommentiert und Gefällt mir da lasst. Danke, danke, danke. Und das Wichtigste ist doch, dass wir alle zusammen Spaß haben. Und darum tun wir auch immer euch Geschenke machen. Diese Geschenke, Sponsor und keiner, die bezahlen wir wenig von unserem eigenes Geld. Und Udo und Wilke sind ja immer Sparfüchse. Wir tun immer Angebote kaufen. Sieht man auch ja bei dir, wenn du die Unterhosen kaufst. Die holst du immer in den Zehnerpack, ne? So, jetzt wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind Sparfüchse. Ja, ich hab mir jetzt letzten auch zehn Unterhosen gekauft für 6,67 Euro. Aber die hab ich einmal gewaschen, da waren die leider ausgeleiert. Sind die mir immer runtergezankt, während der Arbeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.